Hallo liebe Trainer und danke fürs Zusehen von einem weiteren Video von mir. Und zwar mache ich hier Rosanna. Rosanna ein Eis-Pokémon im Dreier-Raid. Der war vor 2-3 Wochen bei uns in den Raids. Allerdings jetzt nicht mehr. Habt das Video nochmal gefunden, wie das Onyx-Video. Und hab das nochmal online gestellt. Damit ihr das in Zukunft, wenn Rosanna nochmal kommen sollte, habt ihr auf jeden Fall ein Video. Und ja, Rosanna, die Conta Metagross benutze ich selber. Geht auf jeden Fall gut runter. Ihr könnt aber selber Flamara oder Logok nochmal darunter benutzen. Ist nicht allzu schwer. Ist in der Kategorie Mittel eingestuft. Könnt ihr auf jeden Fall alleine schaffen. Und ist auch nicht so schwer, wie ihr seht. Ja, gibt es auch in Shiny aus 7 Kilometern Eiern halt Cosilla. Die Babyform von Rosanna. Und dann, wenn ihr halt entwickelt, dann habt ihr halt Rosanna Shiny. Ja, wir haben ja Visor und Skorgler als neue Shinies dazubekommen. Und dann auch nochmal Fritzeblitz. Der ist ja auch nochmal dazubekommen. Ich bin gestern ein bisschen lucky gewesen. Und hab Visor und Skorgler bekommen. Total geil. Hat mich mega gefreut. Ich hoffe, dass ihr auch schon erfolgreich wart. Ich hab schon im letzten Video gesagt, Leute. Ihr müsst immer so um die 1 zu 450 ist die Shiny-Rate. So, aktuell haben wir ein Event im Event. Sagen wir mal so. Und ja, da habt ihr auf jeden Fall höhere Chance. Ich komm nochmal darauf zurück. Heute Abend, da stell ich nämlich ein Entei-Video rein. Was ich mit Malibu-Mann im Duo gelegt hab. Und da werde ich nochmal mehr ansprechen. Da haben wir auch mehr Zeit. Und ich drück euch auf jeden Fall die Daumen. Viel Glück mit dem Farm. Und danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Pokémon! Pokémon! Du mein bester Freund Und retten wir die Welt Pokémon! Komm, schnapp sie dir! Dein Herz ist gut! Wir vertrauen auf unseren Mut! Ich lerne von dir! Und du von mir! Pokémon! Komm, schnapp sie dir! Komm, schnapp sie dir! Pokémon! Komm, schnapp sie dir! POL Schnapp sie dir! Die Bl Foi Sagen, Sp aquilo Komm, schnapp sie dir! Vielen Dank.